Tom, haben Sie alles gemacht? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Hast du Ihren Weg gemacht? Ja. Hast du die Zahl der average Speed dieses Mal? Ja, Ma'am. Ich versuchte. 100%. Es wird besser als letzte Mal sein. Die VW Classic geht jetzt in die zweite Runde heute. Das sind über 200 Fahrzeuge von Kolleginnen und Kollegen, die hier mit ihren Schätzchen an den Start gehen. Oh, hier ist ein neuer Designchef, Andi. Hallo, wie geht's? Guten Morgen. Guten Morgen. Gibt es schwarze Renner als 1973? Hoffentlich. Andi, Andi habe ich schon damals. Ich habe gehört, ihr hätte das gebrauchen können letztes Jahr. Vorsicht. Ich muss mir selbst eine 5 ausstellen. Also als Beifahrer bin ich offensichtlich ungeeignet. Ich gebe ihm eine glatte 6. Hier. 1. 1. 1. 1. Okay, woher gehen wir? 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. Ich hab schon nen Plan. Hallo. Guten Abend. Danke. So sehen Gewinner aus. Oder auch nicht. Wie war? Ging ja auch ohne Navi. Naja, weiß ich nicht. Nächstes Jahr müssen wir die Strategie noch mal anfassen. Der Navigator hat sich noch mal zusammengerissen. Nein, wir haben die Meldung vor uns. Das hat auch geholfen. Aber wenn man die Karte mal genau ansieht, dann merkt man auch, dass es da doch so kleine Ecken gibt. Ja, nächstes Mal wechseln wir. Oder fahren wir getrennt oder so. Das kann man ja auch machen. Volkswagen